Hallo! Sehr cool, dass du dich reingeklickt hast in unserem zweiten Video Persönlich Gott begegnen. Wir haben diese Reihe gestartet, weil wir dir helfen wollen, deine Zeit mit Gott vielleicht neu zu entdecken, neue Dinge auszuprobieren. Es ist schon total individuell, wie Gott uns begegnet. Es gibt hunderte Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und wir haben uns zur Aufgabe gestellt, dir einige vorzustellen. Heute Tagzeitengebiet. Tagzeitengebete. Was alt Neues. Alt deshalb, weil es tatsächlich schon richtig alt ist. Selbst die Mönche früher in den Klöstern haben das schon praktiziert. Mönche? Jetzt nicht gerade sehr einladend. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber für die Mönche war es früher eine Sache. Ihr Tagesablauf wurde immer wieder durch Gebete unterbrochen. Man hat sich gemeinsam gesammelt und sich auch neu auf Gott ausgerichtet. Immer zu verschiedenen Uhrzeiten. Fest. Mit festen Gebeten. Jetzt kann man sagen, ja, das haben die Mönche damals erfunden. Aber das Spannende ist, dass es zurückgeht auf jüdische Traditionen. Und dass möglicherweise auch Jesus solche Tagzeitengebete bekannt waren. Wir wissen es nicht genau. Wir lesen nicht genau was darüber in der Bibel. Aber spannend ist es, dass bis heute Tagzeitengebete Menschen helfen, Gott zu begegnen. Von daher neu, dass du es versuchst, neu zu entdecken. Mir ging es auch so. Für mich war es auch neu. Als ich das erste Mal davon gehört habe, war bei mir eben der Gedanke, Mönche irgendwie uncool. Es war der Gedanke Liturgie in der Kirche. Das war jetzt nicht gerade das, wo ich so meinen Zugang zu Gott hatte. Und gleichzeitig habe ich über Bekannte, über Freunde einen Zugang zu Tagzeitengebete bekommen. Ich habe es mal ausprobiert. Und das ist das Coole. Wenn man neue Erfahrungen machen will, dann muss ich manche Dinge ausprobieren. Neu entdecken. Deshalb Altes neu entdecken. Und dazu hast du hier die Möglichkeit. Denn ich glaube, dass in dem täglichen Unterbrechen von unserem Tagesablauf ein unglaublicher Schatz sein kann. Wenn wir uns herausnehmen, uns eine Zeit nehmen, wo wir uns auf Gott ausrichten. Es kann ein unglaublicher Schatz sein, wo wir vielleicht manchmal auch vorgefertigte Gebete nehmen, dass ich mir jetzt nicht den Kopf machen muss, was muss ich denn beten oder was will ich denn beten, sondern dass ich einfach Gebete habe, die schon dastehen und ich das, was ich empfinde, in diese Gebete hineinlegen kann. Von daher, ich lade dich herzlich ein. Probier das aus. Wir haben es deshalb auch so gemacht, dass du hier in diesen Videos, den wir hier produzieren, du das mal anschauen kannst. In diesem Video wird es gleich noch darum gehen, was ist denn wichtig, wie muss ich mir das denn vorstellen, Tagzeitengebete. Und was muss ich da beachten, muss ich da was vorbereiten. Dazu wollen wir dir hier ein paar Tipps geben und dann werden hier auf der Webseite noch einige weitere Videos kommen. Drei Stück, nämlich wie du ein Morgengebet, ein Mittagsgebet und ein Abendgebet machen kannst. Ich werde einfach mal das aufnehmen, was ich so mache. Von daher, da hast du die Möglichkeit, das auch mal anzuschauen und ich mache dir Mut, dass du es selber ausprobierst. Wie muss man sich das vorstellen, Tagzeitengebete? Früher war es so, dass man wirklich mehrere Male, mehr wie dreimal am Tag seinen Tagesrhythmus unterbrochen hat. Das ist in unserer heutigen Zeit häufig unrealistisch. Von daher haben wir, oder machen wir es hier bei uns im Zeitraumhaus so, dass wir unseren drei Terminen am Tag treffen. Und so schlage ich es auch dir vor, wenn du das mal ausprobieren willst, fang damit an, morgens, mittags und abends vielleicht diese Gebete zu sprechen. So diese kleine Abfolge von Gebeten, von Stille, von Liedern zu praktizieren. Vielleicht gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit ist das eine gute Sache. Was dort genau läuft, das kannst du im PDF, was wir hier auf der Webseite dir online gestellt haben, schon mal lesen. Dort haben wir dir diese Gebete zur Verfügung gestellt. Das steht auch immer wieder oben mit dabei, was man noch so braucht. Und der Zeitrahmen von so einer Gebetszeit, die kann zwischen fünf Minuten und aber auch einer Dreiviertelstunde liegen. Je nachdem, wie du diese Dinge auch ausbaust. Und das finde ich auch das Wichtige. Wir haben hier Empfehlungen für dich gegeben. Wenn du da was ändern willst, dann mach das. Aber probiere es vielleicht erstmal einfach so aus, wie es da steht. Von daher, ausprobieren. Das ist das große Motto. Und dann zu sagen, hey, ich stelle mir einfach vielleicht in meinem Handy einen Wecker, wo mich eine halbe Stunde vorher erinnert, hey, jetzt möchte ich eigentlich rausgehen und mich auf Gott konzentrieren. Im letzten Video habe ich ja schon gesagt, das ist sehr, sehr hilfreich als ein Tipp, einen Ort zu haben, wo es einigermaßen ruhig ist. Da hinzugehen. Da schon die Sachen liegen zu haben, damit ich nicht groß noch was organisieren muss. Sondern da liegt alles. Und wenn dann die Zeit ist, dann gehe ich dorthin und dann habe ich diese Zeit mit Gott. Es hilft, wenn wir solche Tagzeiten-Gebete machen, sich ein paar Sachen vorzubereiten. Dass, wenn du in diese Zeit mit Gott gehst, du nicht noch irgendwelche organisatorischen Sachen machen musst. Zum Beispiel, wo ist denn meine Bibel und ich muss nochmal weglaufen. Sondern du hast einfach die Sachen alle da, wo du das machen kannst. Und deshalb haben wir so eine kleine Checkliste gemacht. Die findest du in der PDF auch wieder. Da gehört zum Beispiel dazu, diese Tagzeiten-Gebete ausgedruckt auf Papier, sodass du diese Gebete dort ablesen kannst. Dann hilft es, weil immer wieder auch in den Tagzeiten-Gebete es darum geht, einfach von der Stille ein Bibelfers zu lesen, ist es hilfreich, da eine Quelle dafür zu haben. Klar ist das die Bibel, aber es hilft manchmal auch einfach so einen Vers, der ausgewählt wurde von jemand anderem vielleicht. Da bieten sich die Losungen an. Das ist eine Organisation, die einmal für jeden Tag dieses Jahres zwei Bibelstellen, eine aus dem Alten, eine aus dem Neuen Testament herausgesucht hat. Da findet ihr in eurem App Store entsprechend die kostenlose App, wo ihr das einfach bekommt. Oder andere haben New Version, der Vers des Tages. Auch sowas kann zum Beispiel eine Möglichkeit sein, solche Tagestexte zu bekommen, wo ich mir einfach während einer Stille über so einen Text Gedanken mache. Mir hilft es, wenn ich dann einfach mein Handy aufmache und dann diesen Text da habe, um den zu lesen. Die andere Geschichte natürlich ist auf jeden Fall die Bibel. Gerade morgens ist es so, dass wir in dem Morgengebet, habe ich ganz bewusst auch eine Zeit reingenommen, wo wir in der Bibel lesen. Wie lange du das machst, was du liest, das ist dir überlassen. Wenn du keine Zeit hast, dann lass es weg und mach es am nächsten Tag wieder. Aber ich finde es wichtig, dass wir die Bibel dabei haben, gerade wenn uns Gott irgendwelche Dinge auch darin deutlich macht. Finde ich sehr gut. Und damit wir diese Sachen auch festhalten, empfehle ich euch, fangt doch so ein Gebetsbuch an. Wo ihr die Gedanken, die Dinge, die euch wichtig werden in den Bibeltexten, oder auch die Fragen, die ihr habt, einfach reinschreibt. Ich habe es einfach ganz begonnen, so ein Buch anzufangen. Ich spiele ein kleines Tagebuch, wo einfach der Tag drin steht und dann einfach ein paar Dinge dazu, die mir wichtig geworden sind. Vielleicht auch nochmal einen Vers rausgeschrieben, der mir besonders aufgefallen ist, der mich angesprochen hat und der mein Leben geredet hat. Da lade ich euch ein. Und das andere, was hilfreich sein kann, kommt jetzt darauf an, ob du jemand bist, der gerne singt oder der ein Instrument spielen kann. Wir haben in den Tagzeitengebete immer wieder auch Lieder drin. Jetzt sagst du vielleicht, ich singe überhaupt nicht gern, kein Problem. Du kannst dir einfach auch weglassen. Aber für diejenigen, die gerne singen oder die auch einen Zugang zum Lobpreis haben, ist es eine super Möglichkeit, auch hier sich das Liederbuch mitzunehmen. Und dann, bevor ihr anfangt, einfach ein, zwei Lieder so viel wie drin vorkommen, euch herauszusuchen, dass ihr sagt, hey, das ist das ein Lied und das ist das zweite Lied, was ich singen möchte. Und dann legt euch eure Gitarre oder mit was ihr auch immer diese Zeit begleiten wollt, daneben. Oder ihr singt A Cappella. Für alle die, die jetzt sagen, ich habe leider nicht so die musikalische Ader, aber ich habe trotzdem Zugang über Lobpreis, dann gebe ich euch die Empfehlung, sucht euch doch, bevor ihr startet, einfach auf YouTube einen entsprechenden Lobpreis-Song oder bei Spotify einen entsprechenden Lobpreis-Song aus, wo ihr in dieser Zeit laufen lässt und wo ihr einfach von Herzen mitbetet, ob laut, ob leise. Das sind Möglichkeiten, wie wir solche Dinge vorbereiten können, damit wir in dieser Zeit mit Gott einfach auch nicht uns mit anderen Gedanken jetzt ablenken. Von daher herzliche Einladung, das auszuprobieren, euch die Sachen hinzurichten. Und wenn du bei dem einen oder anderen sagst, nee, das brauche ich eigentlich nicht, dann lass es weg. Aber ich habe gemerkt, dass das so für mich die Essentials sind, die ich dazu brauche. Von daher einfach für dich, dass du auch weißt, was dich da erwartet. Dann noch zum Gebrauch von diesen Gebeten und diesen Texten, die wir euch hier im PDF vorgelegt haben. Ich habe immer wieder da vorne hingeschrieben, einer oder alle. Und das ist dazu da, dass wenn du vielleicht sagst, hey, ich habe eigentlich Lust, das auch mit meinem Freund, mit meiner Freundin, die gerade da ist, so etwas zu machen und auszuprobieren, dann kann man das auch sehr gut zu zweit machen, was echt schön ist, sogar zu dritt oder sogar im Jugendkreis. Und dazu ist eben einer und alle da, sprich einer, müsst ihr eben aussuchen, wer so ein bisschen der ist, der durch dieses Tagzeitengebet leitet, dann ist er der eine. Und alle sind natürlich entsprechend alle. Und so ergibt sich ein kleiner Wechsel, nicht Gesang, sondern so ein Wechselgebet, was ich sehr angenehm finde. Wenn du es alleine machst, dann natürlich lies einfach alles. Vielleicht noch als kleiner Tipp für euch, wenn ihr das versucht durchzuführen, dann habe ich gemerkt, dass man unterschiedlich lesen kann. Man kann lesen, wie wenn ich aus der Tageszeitung meinem Kumpel vorlese. Ich lese es halt so schnotrig runter. Oder ich versuche, das langsam zu lesen, so zu lesen, dass ich auch verstehe, was ich lese. Lass dir Zeit, lass Pausen. Du bist nicht auf der Flucht und musst nicht in Eile sein, sondern ich glaube, es liegt etwas daran, dass diese Texte auch zu entsprechen, von dem, was Gott auch darin hat, und dass wir das, was wir haben, auch da hineinlegen können. So habe ich gemerkt, dass diese Gebete immer wieder auch für mich eine Antwort und ein Gebet gleichzeitig waren. Von daher, lasst euch drauf ein. Ich würde mich freuen, wenn diese Sache euch helfen wird und ihr ein bisschen Lust bekommen habt. Auf Tagzeiten. erlah ein Video nach. Dien